Wir fordern ja eine Gesamtkonzernbesteuerung. Das heißt, ein Konzern soll als Ganzes besteuert werden. Heute ist es aber so, dass jeder Betrieb einzeln besteuert wird. Und das hat zur Wirkung, dass die Betriebe innerhalb eines Konzerns, also Beispiel Ikea ist immer mein schönes Beispiel mit über 400 Töchtern, Gewinne zwischen den Firmen des Konzerns hin und her schieben können. Und am liebsten machen sie das so, dass die Gewinne möglichst dann dort landen, wo wenig Steuern anfallen oder gar keine. Zum Beispiel bei Google landen die meisten Gewinne bei einer kleinen Tochter auf den Bermuda-Inseln, weil man mit geschickten Finanzoperationen. So, um das in den Griff zu kriegen, müssten die Finanzämter sämtliche internen Geschäfte zwischen den 400 Tochterfirmen analysieren und gucken, ob die Preise, die dort verrechnet wurden, stimmen. Das ist aber völlig unmöglich. Die Finanzbehörden sind völlig überfordert, in einem Konzern wie Ikea bei 400 Tochterfirmen sämtliche Verträge untereinander zu kontrollieren und zu prüfen, ob die Preise, die intern angesetzt werden, für tausende von Artikeln korrekt sind. Also was macht man? Man einigt sich, indem Deals gemacht werden. Das heißt, da ist eine Konferenz, da sitzen die Vertreter des Finanzamts, da sitzen die Vertreter des Konzerns und dann sitzen die Vertreter der großen Steuerberatungen, die die beraten, dabei. Und die handeln dann im Grunde aus, wie viel Steuern der Konzern bezahlt. Und das nennt man die sogenannten Absprachen, auf Englisch rulings, oder auch Vorabsprachen im Deutschen. Ja, um die geht es. Jetzt wurde das ja in den letzten Jahren oder Monaten schon des Öfteren thematisiert, dass multinationale Unternehmen sich für die Steuern genau die Standorte aussuchen, wo es niedrige Steuersätze gibt. Und mein Eindruck wäre jetzt gewesen, oder meine Hoffnung wäre gewesen, dass das jetzt langsam zurückfährt. Es ist aber so, dass es in Ihrem Bericht ja eigentlich ein deutlicher Anstieg festzustellen ist. Und zwar, ich zitiere das jetzt mal, von 547 im Jahr 2013 ist das auf 972 im Jahr 2014 gestiegen und jetzt schließlich Ende 2015 auf 1.444. Das heißt, die großen multinationalen Konzerne scheren sich da eigentlich nicht so sehr darum, was in den Medien publiziert wird, was so die öffentliche Meinung ist. Kann ich das so zusammenfassen? Naja, es geht vor allem um die Steuerbehörden. Es ist so, dass das ganze System läuft ja weiter. Und es werden zwar einige Steueränderungen gemacht, aber im Moment, es wird verhandelt in der EU darum, mehr Transparenz zu schaffen durch Firmenregister und durch Berichterstattung der Firmen. Aber tatsächlich ist es so, dass natürlich jedes Gesetz, was gemacht wird, da sitzen sofort hunderte von Juristen in den großen Unternehmensberatungen. Man muss sich vorstellen, die vier größten Unternehmensberatungen der Welt beschäftigen über 700.000 Angestellte. Das sind keine Unternehmensberatungen im Sinne, wie man sich das vorstellt. Das sind Konzerne. Das ist eine ganze Industrie, die sich nur damit beschäftigt, jedes Gesetz systematisch zu analysieren und zu prüfen, wie man es umgehen kann. Und deswegen brauchen wir einheitliche, klare Regeln, die durchgesetzt werden und müssen einfach dieses Unternehmenssteuerrecht völlig neu konstituieren. Das ist auch unsere Forderung, damit das endlich aufhört. Leider ist es so, dass es mittlerweile, also gut ist, dass es mittlerweile darüber eine Debatte gibt, dass in der EU darüber Pläne gemacht werden, darüber diskutiert wird. Schlecht ist, dass es immer noch unglaublich viele Bremser gibt und dass das Bundesfinanzministerium ebenfalls in vielen Fragen immer zu den Bremsern gehört hat. Vielleicht auch nochmal ein Wort zum Bericht Survival of the Richest. Warum heißt der Bericht überhaupt so und auf was wurde in dem Bericht noch hingewiesen? Wie der Name zustande gekommen ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Das spricht ja für sich, also das Überleben der Reichsten. Wir erleben einfach, dass sämtliche Schranken und moralischen Grenzen von Konzernen gefallen sind. Und es ist auch heute, ich kenne das aus den Leserbriefen im Internet, wenn man irgendeinen Artikel reinstellt und da kommen ja immer diese Kommentare, dass ganz viele Leute sagen, was habt ihr denn eigentlich? Die Gesetze sind so, die halten sich doch an die Gesetze, das ist alles normal. Also es ist überhaupt nicht mehr so, dass Steuervermeidung und Steuerhinterziehung irgendwie von den Firmen schlecht bewertet wird, sondern es ist normal. Und die Politik ist unentschlossen, weil sie nicht den Mut hat zu sagen, grundsätzlich wir treten dem Entschlossen entgegen, wir setzen hohe Strafen aus, wir machen hohe Befristungspflichten und wir sorgen dafür, dass es einheitliche Steuerregeln gibt, möglichst auch in der ganzen EU, die das endlich einschränken. Das ist das Problem. Die Unentschlossenheit in der Politik, die Angst als wirtschaftsfeindlich zu gelten, unter Druck zu geraten, das gilt ja nicht nur für die CDU, das gilt ja gerade auch für die linken Parteien, dass jeder Angst hat, irgendwie wirtschaftsfeindlich zu sein oder die Wirtschaft zu behindern, führt dazu, dass es nicht dazu kommt, dass Entschlossen dem entgegengemacht wird und dass man den Eindruck hat, die Wirtschaft dominiert im Grunde die Politik. Gibt es da Zahlen, wie viele Milliarden von Euro jetzt zum Beispiel auf Ebene der EU da jährlich verloren gehen? Also insgesamt geht man davon aus, dass in der GesamteU durch Steuervermeidung, Steuerhinterziehung, Geldwäsche und so weiter, also den Gesamtkomplex, da sind natürlich auch Schwarzarbeit und alles mit drin, da geht man davon aus, da laufen die Schätzungen von NGOs auf bis zu eine Billion Euro. Jedes Jahr? Ja, also riesige Summen. Also in Deutschland schätzt man, dass allein die internationalen Konzerne, über die wir jetzt hier reden, wir reden ja nicht über die ganzen anderen Geschäfte, die laufen, die manipulierten Kassen, die in fast jedem überall in den Läden existieren und in den Kneipen, sondern wir reden jetzt über die großen Konzerne, da redet man davon, schätzt man, dass der Fiskus alleine dadurch, dass er nicht die Steuern durchsetzen kann, die bereits beschlossen sind, 30 bis 50 Milliarden verliert. Da kommt aber hinzu, dass eine konsequente Steuergesetzgebung natürlich noch wesentlich mehr Einnahmen bringen könnte, weil es kann ja nicht sein, dass ein internationaler Konzern wie Bayer Leverkusen oder, ja, VW ist ja auch erwischt worden oder die Deutsche Bank oder E.ON oder eben Ikea, also alle die Dinge, die man kennt. Es kann nicht sein, dass solche Konzerne wesentlich weniger steuernd zahlen als der normale Kaufladen, die kleine Boutique in der Einkaufsstraße. Die muss nämlich nicht auf jeden Gewinn, den sie macht, 30 Prozent zahlen in der Regel. Wer die internationalen Konzerne ihre Steuern reduziert auf 15 Prozent, 10 Prozent, 5 Prozent, es sind ja schon Fälle rausgekommen jetzt, die RION in Luxemburg, die haben Milliardengeschäfte gemacht und haben am Schluss darauf eine Steuerquote von 0,1 Prozent gehabt. Sowas darf nicht passieren. Letzte Frage noch, Sie haben vorhin gesagt, die Politik ist unentschlossen. Ist es vielleicht nicht auch vielmehr so, dass es schon wirklich gewollt ist, auch von großen Teilen der Politik, dass die Steuerpolitik genauso, wie sie stattfindet in der Europäischen Union, derzeit auch wirklich Realität bleibt? Ich glaube schon, dass die meisten Politiker, auch der konservativen Parteien, eine faire Besteuerung wollen. Und eine faire Besteuerung heißt, dass die Großen zumindest das gleiche zahlen wie die Kleinen. Das wollen die schon. Aber wenn es konkret wird und Forderungen aufstellt und dann Druck ausgeübt wird, die Industrie- und Handelskammer der Politik vorwerfen, dass sie wirtschaftsfreundlich sind, dann knicken sie ganz schnell ein. Und es gibt eben sehr wichtige Politiker immer, die glauben, dass ihr Senometer davon abhängt, dass sie wirtschaftsfreundlich sind. Das spielt eine große Rolle. Also wir haben ja bei der Erbschaftsteuer den Fall gehabt, dass immer über Familienunternehmen geredet worden ist, die man schützen muss. Und in Wirklichkeit schützt man gar nicht die Familienunternehmen, sondern wir schützen die Erben der Familie Quandt, die 40 Milliarden geerbt haben, steuerfrei, und die praktisch den ganzen Konzernen BMW geerbt haben, weil man sagt, man dürfte den Firmen nicht schaden. Und die Wirklichkeit ist doch, wenn die Familie Quandt nicht nur 50 Prozent von BMW besitzen würde, nur 30 und der Anteil der Kleinaktionäre auf 70 Prozent steigen würde, würde das an dem Geschäft von BMW oder an der Firma und an der Arbeitsplätze überhaupt nichts ändern. Also wir haben da völlig schräge Diskussionen, und die müssen in der Öffentlichkeit erstmal richtiggestellt werden. Ich glaube, dass die Politiker schon bereit wären, gerechter zu sein, wenn der gesellschaftliche Dialog etwas konsequenter wäre. Ist es dann der Druck, ich sag das jetzt mal so, der konzerngesteuerten Medien, die dann dazu führt, dass Politiker einknicken, oder ist es vielleicht auch ökonomische Unwissenheit, oder woran liegt es? Also so ganz nachvollziehbar ist mir das. Ich glaube, es liegt vieles daran, dass diese Geschichte der internationalen Konzernsteuern sehr kompliziert sind, dass die meisten Medien auch nicht durchblicken. Wenn dann Berichte kommen von der Wirtschaft, die dann protestieren und sagen, die Wirtschaft war nicht alles zu gefährdet, wird das blank so geschrieben. Und die Leute glauben es ja auch. Also wir hatten ja Umfragen bei der Erbschaftsteuer, dass nachher die Mehrheit der Bevölkerung nicht wollte, dass die Erbschaftsteuer verschärft wird, obwohl Milliarden Erben keinen Pfennig zahlen, während kleine Erben 30 Prozent bezahlen müssen. Das ist ja absurd. Und trotzdem war die öffentliche Meinung so, dass die Mehrheit glaubte, man dürfte erst den Familienunternehmen nichts tun. Wobei das ja Quatsch ist. Wieso ist BMW ein Familienunternehmen, weil die Familie Quang 50 Prozent davon besetzt? Das sind ja absurde Diskussionen. Aber sie funktionieren. Wenn es gelingt, dort eine Gegenöffentlichkeit zu organisieren, glaube ich auch, dass die Politik sich bewegt. Vielen Dank.